Hallo zusammen und willkommen zu einer etwas speziellen Sache, die ich hier mal vorhabe. Und zwar ist es so, dass jetzt dieses Wochenende die große Elfor-Box, dieses Age of Blackness hier angekommen ist, beziehungsweise ist ja eher die Form eines Buches, wenn man so will. Und ja, das war jetzt natürlich für mich nochmal der Anlass gewesen, dort auf dieser Sache tatsächlich alle elf Full-Length-Alben von Elfor dabei. Ich habe ja mal so ein kleines Foto gemacht und ja, jetzt habe ich einfach mal drei Scheiben dort rausgelegt, jetzt nicht alle aufgelegt, also insgesamt sind sogar zwölf CDs. Die eine, die man ganz vorn da vielleicht ganz schwach erkennen kann, da ist auch das Logo von der großen Buch drauf, das ist quasi die Bonus-Disc, da sind jetzt nochmal zwei weitere Titel drauf, neue Titel, geht trotzdem denke ich, 26 Minuten oder so mit nur zwei Stücken, wie sich das mittlerweile so eingependelt hat. Genau. Und ja, Elfor hat sicherlich einen Künstler, der jetzt bei mir hier durchaus recht großen Gefallen findet, um das mal so zu sagen. In meinen Streams, wenn dann zwischendrin mal Pause ist, wird ja auch mal Musik von ihm gespielt. Hatte ich ihn damals extra angeschrieben, ob man das sowas machen könnte und hat gesagt, ja, ist kein Problem, den E.O.L. Und ja, jetzt habe ich gedacht, natürlich so eine große Sammlung ist ja irgendwie auch wie immer wie so ein Rückblick oder sowas und da dachte ich jetzt einfach mal, um jetzt einfach nochmal durch die ganzen Sachen, die er dazu rausgebracht hat, mal durchzugehen und vielleicht mal den ein oder anderen Tipp zu geben, was aus meiner Sicht jetzt hier besondere Titel aus dieser Sammlung sind, über die man sich mal geben sollte oder so ähnlich. Ich gehe mal davon aus, die meisten, die sich jetzt diese Sache kaufen, werden wahrscheinlich die meisten Releases sowieso schon haben, aber naja, wie das immer so ist. Ja, von daher wollen wir jetzt nicht zu lang an der Sache rum erzählen. Ich war dann auch nochmal überrascht bei dem Preis, dass das tatsächlich nur 60 Euro kostet, also mit 12 CDs. Das sind dann wirklich mal 5 Euro pro Stück, wenn man so will und dann kommt ja die ganze Buchform und alles noch dazu. Klar, jetzt gibt es außen da herum jetzt nicht zusätzliche Extras noch, aber wenn man sich da manchmal anschaut, was einige Künstler, die denke ich von ihrem Zeug sowieso ganz gut leben können, dafür ein oder zwei Alben manchmal verlangen, wo es weiß, sie dann noch ein kleines Poster und so mit reinlegen. Also da kann man hier wirklich mal nicht meckern. Da ist wirklich, ich sage mal, auch viel drin, was man hier dann sich auch anhören kann. Das wird natürlich auch, also die neue habe ich auch, wie schon gesagt, schon drin gehabt, schon laufen gehabt. Aber hier jetzt eben erst mal der Rückblick auf das, was halt gewesen ist. Und das fing mit dem ersten Werk an, Into the Dark Forest. Das ist noch eine, ja, eigentlich so ziemlich reine Ambience-Sache, gibt noch keine Gitarren. Interessant, ich hatte einen Re-Release davon, das war dann, denke ich, das zweite, was in so einem, ja, DVD-Hüllen-Format bei einigen nennen es auch A5, obwohl es in Wahrheit so klein ist für A5. Aber na gut, das ist eine andere Sache. Ausgekommen war, jetzt in dem Buch ist mir aufgefallen, dass er tatsächlich mal Texte dazu mit abgedruckt hat. Das gab es bei meiner Version nicht. Ich weiß auch nicht, ob das damals in den alten Versionen mit war. Da war immer so ein bisschen was leicht Unverständliches, was da im Hintergrund mit gesagt wurde. Ich habe einfach gedacht, ja gut, das hat er jetzt einfach ohne uns einen speziellen Text zu geben, einfach so mit dort eingespielt. Aber, ja, scheinbar steht da doch was mit dazu. Was wären jetzt hier so Titel, die mir hier gefallen? Also, ja, das erste Album ist jetzt sicherlich noch nicht so dieser Riesenmeilenstein, sagen wir mal. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch die ein oder andere Sache. Also, ich mag zum Beispiel besonders gern The Lonely Mountain. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Aber das für mich herausstechendste Stück ist Darkness in the Foggy Mountains. Das ist natürlich auch schon so ein bisschen, ich sag mal, fast wie verstörend, wie das sich so aufbaut. Und mit diesem, ja, auf der einen Seite klingt die Musik sehr traurig, dann aber auch irgendwie mit diesem Rumgeschreie. Also, das ist irgendwie mal eine interessante Sache. Also, mir persönlich gefällt das durchaus. Von daher, das also hier als ersten Titel mal gewählt. Ich schreibe das jetzt hier mal mit dazu. So, also, ja, die Alben und Titel sind natürlich immer mal etwas länger hier. Von daher, ja, habe ich das jetzt, ich will das Bild jetzt auch nicht so klein machen, dass man gar nichts mehr sieht. Von daher ragt das jetzt mal ein bisschen drüber raus. Sollte aber niemanden stören. Okay, genau. Und das wäre jetzt auch die Sache, nachdem ich das genannt habe. Das würde uns das tatsächlich mal geben, das Stück. Und ja, dann werde ich da mal so durch die Alben durchgehen und im Prinzip pro Album mal ein so eine Sache raushauen hier. Also da, bis gleich. So, das war doch schon mal das erste Stück hier gewesen. Ja, wie schon gesagt, für mich sicherlich eigentlich das herausstechendste Stück dieses Albums. Was ich nochmal mit erwähnen wollte von den ganzen Alben, die jetzt später nochmal re-released worden sind. Also, fast bei allen bis auf den allerneuesten sind ja dann immer mal noch so Bonus-Titel und so mit drauf gewesen auf diesen Re-Releases. Und die sind ja natürlich alle mit dabei. Also, jetzt von den Stücken, die ich gewählt habe, sind die jetzt eher nicht mit vertreten, weil man wollte halt schon, sage ich mal, die wirklich hauptsächlich in die original mal auf dem Album halt drauf gewesen sind, dort ein bisschen herausstellen. Aber die sind ja auch alle mit dabei. Das Einzige, wenn man jetzt nur diese Box, also, ja, der zu kaufen gibt, ist ja sicherlich ausverkauft, aber falls man sie irgendwo doch nochmal auftreiben sollte, ähm, äh, fehlen würde, ähm, wäre, denke ich, äh, es gibt noch eine Split von Alvor und, ja, Moorgrind, oder wie heißt der? Äh, da sind drei Titel von ihnen drauf. Und es gibt eine Compilation von Elvor, äh, Elvor, ähm, da bin ich jetzt überfragt. Das ist wieder so ein baskischer Titel, das werden wir dann später in der Diskografie auch sehen. Da sind praktisch so ziemlich alle von diesen Bonus-Titeln, die er jemals für die alten Alben gemacht hat, drauf. Es gibt auch irgendeinen Titel, der nochmal neu aufgenommen ist mit ein bisschen anderen Gesang. Und dann gibt es noch zwei Zusatzstücke, die halt sonst nirgendwo anders veröffentlicht worden sind. Also, die Sachen würden einen fehlen, aber alles andere hätte man quasi komplett in der bestmöglichen Gesamtversion dann dabei. Na gut. Kommen wir mal zum zweiten Album, Sun of the Shades. Und hier geht's dann für viele sicherlich so richtig mit der Sache los. Hier kommen jetzt Gitarren dazu und, wie man sich das so denkt. Wir gehen also, ich glaub, damals hat er es irgendwie genannt, Medieval Black Ambient. Und ich würde auch sagen, dass das zweite und das dritte Album, die sind sich in gewisser Weise vielleicht auch ähnlich. Da könnte man vielleicht von dem einen den Titel rausnehmen, auf das andere legen und es würde immer noch passen. Das ist dort wirklich so zusammen. Und hier einen Titel auszuwählen, den ich jetzt hier, ich hab jetzt wieder schon gesagt, einen pro Album genommen. Das war schon eine schwierige Wahl, was man dort nimmt. Nur mal ein paar Sachen, die ich durchaus empfehlen kann. Ob Wolves im Blatt. Das ist auf jeden Fall Ravensong. Das ist jetzt wieder so ein rein akustisches Stück, also atmosphärisches Stück, aber auch sehr schön. The Nocturnal Moon. Wusste ich gar nicht mehr, dass das da drauf ist. Ja, auch genial. Hidden in the Nebula Landscapes will ich hier mal erwähnen. Das wäre dann einer dieser Bonus-Tracks. Ja, das sind alle Sachen, die da drauf sind. Und da sieht man schon jetzt die Liste von Sachen, die ich da erwähne, wesentlich länger wie beim ersten Album. Was es dann aber am Ende für mich hier sein sollte, was wir jetzt uns hier mal geben, ist im Prinzip der Titel-Track. Das ist auch der, abgesehen von dem Intro, der erste Titel, was da drauf ist. Und ja, das ist natürlich auch ein famoses Stück. Und das werden wir uns auf jeden Fall jetzt mal geben. Also da, wieder bis gleich. So, sind wir doch auch schon mit dem Stück durch. Ja, also auf jeden Fall dieses zweite Album dann da schon eine sehr gelungene Sache. Hatten wir jetzt natürlich noch dieses, wie schon gesagt, weil es halt auch der Opener ist, erstmal dieses leise Intro, bis man dann am Ende nochmal mit, eben dann schon mit dieser Black-Metal-Sache so reinkommt. Und wie schon gesagt, geht eigentlich nahtlos zum nächsten Album über, From the Throne of Hate. Und hier ist es natürlich eher, ich sag mal, ähnlich schwer, sich jetzt hier für einen Titel zu entscheiden. Old, das ist der Opener, den habe ich jetzt einfach aus den Gründen nicht genommen, weil er vom Aufbau her wieder ein bisschen ähnlich ist. Man hat am Anfang erstmal versucht, dieses ruhigere Aufbauende, bevor man dann eben dort in die Sache wieder mal kurz am Ende so reinkommt. Rare Woods, das ist ein Stück, das mir persönlich sehr gefällt. Ist ein bisschen eigenartig vielleicht an der Stelle, von daher habe ich es deshalb nicht genommen. Grimmest Winter Nights, also das hätte ich eigentlich auf jeden Fall auch nehmen können, das ist wirklich ein sehr gutes Stück. Wicked Shadows ist jetzt wieder eine reine Ambience-Sache. Von daher wollte ich die jetzt nicht unbedingt hier an der Stelle nochmal bringen, aber ja, es sind auf jeden Fall alles Titel, die man sich da geben kann. Aber als ich die Titelliste nochmal durchgeschaut habe, ist mir dann aufgefallen, ah, es gibt dann doch noch ein Stück, was ich hier dann vielleicht an der Stelle nehmen würde und das ist dann The Essence of Hate. Ich glaube, das sollte man sich auf jeden Fall hier auch mal reintun. Das ist auf jeden Fall auch eine gute Sache. Okay, gut, und da würde ich sagen, das legen wir mal rein und ja, also da, bis gleich. So, und da sind wir doch auch mit der Sache durch. Das war auf jeden Fall jetzt nochmal The Essence of Hate. Also, wie schon gesagt, bei diesem dritten Album fällt mir es da wirklich schwer, jetzt direkt einfach einen Titel rauszunehmen. Nichtsdestotrotz ging es dann weiter und das ist jetzt für mich in dem Sinne historisch auch interessant, weil wir jetzt tatsächlich auch zu dem Album kommen, was das erste ist, wovon ich überhaupt mal ein erstes Stück damals gehört hatte. Ich glaube, das war in irgendeinem Forum, irgendeiner anderen Band, wo dann einfach mal einer sowas rauskauen hat. Habt ihr euch hier schon mal diese Unblessed Woods, was das vierte Album ist, mal angehört. Und ja, bin dann halt halt mal hin, habe mir dieses erste Lied halt nochmal angehört und ich habe gerade kaum das Intro davon gehört, wusste ich eigentlich, dass ich mir eigentlich die komplette Diskographie von dem Mann mal zulegen muss. Von daher wäre es für mich sicherlich ein wichtiges Album. Vom Stil her gehen wir jetzt noch ein bisschen mehr in diese Black-Metal-Sache über. Also, man muss jetzt schon sagen, während jetzt die Sachen, die wir auf dem zweiten und dritten Album, also klar, das Stück, was wir gerade eben hatten, hatte jetzt schon mehr so, ja, diese Black-Metal-Sache, aber das waren immer noch so Sachen mit so einem relativ leicht eingängigen Sachen. Da fangen wir jetzt bei dem Album schon an. Also, wer da mit diesen auch mal schnelleren Rhythmen und Drumbeats und solchen Sachen nicht so umgehen kann, also da muss man schon ein bisschen, sag ich mal, sattelfest sein, wenn man jetzt hier diesen Umstieg macht. Was gibt es hier für Titel? Da gibt es, also gibt es zum Beispiel auch, was ich gut finde, das ist eigentlich ein relativ kurzes Stück, das ist ein reines Instrumental, Of Heretic Pagan Kingdom. Dann natürlich solche Sachen, Dark Orchestral Hate, da klingt ja der Titel schon unfassbar gut. The Forgotten Dying Moon. Und was ich nochmal erwähnen will von dem Re-Release Hondamina, wobei das eine Neuaufnahme eines Stückes, eines späteren Albums ist, aber wie schon gesagt, das ist ja ein Bonustitel, dann kam er später rauf. Da halt mit diesen basskischen Titeln auf dem originalen Album war das noch ein englisches, da war es ein reines Instrumental und jetzt hat er halt sozusagen hier nochmal dazu mitgesungen. Das ist auch richtig schön, wie das die Atmosphäre so aufbaut, aber ich denke, hier kommen wir nicht um den Klassiker schlechtweg herum. Das ist jetzt mal wieder das erste Stück, der Opener. Unblast Woods quasi auch der Titeltrick des Albums und das ist einfach unfassbar, schon wenn man das Intro hört. Hier geht jetzt wirklich die Qualität auch nochmal von der Sache so ein bisschen nach oben. Die bisherigen, sage ich mal, Keyboard-Sachen klangen ja wirklich so, da hat einer mit dem Keyboard ein bisschen was zusammengeklimpert. Jetzt klingt das doch schon richtig fett und episch. Und ja, von daher würde ich sagen, den Titel nehmen wir uns auf jeden Fall mal vor. So, sind wir noch wieder zurück und das ist natürlich auch ein faszinierendes Stück für mich auch immer gewesen. Und wie wir jetzt schon gesehen haben, jetzt kommen wir langsam bei der in etwas längeren Stücken auch an. Das setzt sich natürlich dem Trend jetzt auch so fort. Die Anzahl der Titel auf den Alben werden ja dann mit der Zeit auch ein bisschen weniger. Momentan haben wir uns, denke ich, so ungefähr immer bei vier eingependelt, wenn man jetzt eventuell Re-Releases mit Bonus-Titeln dann halt nicht mit rechnet. So, was uns zum nächsten Album bringt, das nennt sich dann Frostbitten Pain. War eins, das ich erst etwas später dann erhalten habe, weil ich auf ein Re-Release warten musste, weil die ersten vier wurden quasi neu aufgelegt. Und das fünfte war dann aber zu dem Moment schon vergriffen und ich war dazu gestoßen, bevor das sechste rauskam, was ich mir dann als Original-Release natürlich direkt von E.O.L. selber bestellt hatte. Na gut. Das geht vielleicht auch mit diesem vierten Album so relativ gut wieder zusammen, wie vielleicht auch zwei und drei, sag ich mal, ganz gut zusammenstehen. Setzt eigentlich soweit die Sache fort. Also ich sag mal, im Großen und Ganzen kann ich, es hat er fünf Titel, mit Bonus-Titel ist es dann ein Sechster. Man kann eigentlich fast alles davon, würde ich mal, als gut einstufen. Außer vielleicht dieses Chaos Moon, das gefällt mir nicht wirklich, aber ansonsten auch Eiswind. Instincts Enslavement, das ist im Prinzip das, was dann auch als Neuaufnahme nochmal auf diesen Unblast Woods drauf war, nur halt hier ohne Gesang und halt mit einem anderen Titel, ist aber trotzdem genauso ein grandioses Stück. Und vielleicht nochmal zu erwähnen, dieses Gaua, oder wie das heißt, das ist der Bonus-Titel, das ist auch sehr, sehr gut, aber wie schon gesagt, ich wollte jetzt nicht unbedingt diese Bonus-Tracks dort nehmen, sondern halt wirklich die original auf dem Album vorhandenen. Ja, jetzt habe ich um fast alle Titel schon genannt, bleibt eigentlich fast nur noch einer übrig, ist zufälligerweise wieder der Opener, darum habe ich auch beim dritten Album extra mal nicht Old genommen. Ja, das ist auch wieder so eine schöne Sache, a cold funeral breeze. Und das hat aber auch so ein bisschen eine etwas andere Atmosphäre, als das, was wir gerade eben gehört haben, von daher wollte ich es auch explizit unbedingt hier mit reinnehmen. Das ist wirklich auch so ein grandioses Stück und ja, wie schon gesagt, ich würde mal sagen, das hören wir uns einfach mal an. So, das war also erstmal dieses fünfte Album hier und ja, jetzt kommen wir zum nächsten und das ist dann, wie schon gesagt, das erste, was ich dann wirklich, als es direkt neu rauskam, gleich direkt bestellt hatte. Kam in so einer etwas schöneren, ja, eigentlich auch fast wie so ein kleines Buch mit so einer dickeren, also Digi-Pack, kann man jetzt fast nicht mehr dazu sagen, war schon sehr hart von der Sache her. Ja, richtig schöne Sache. Das ist ja jetzt auch das erste mit einem baskischen Titel, also gibt man da nicht 100% jetzt, denke ich mal, dass ich das so richtig hundertprozentig dorthin kriege. Heriot Sustrayak, würde ich jetzt einfach mal sagen, was wohl die Wurzeln des Bösen oder Wurzeln des Todes oder sowas in der Art heißt. Das hat man auch an den Album-Cover gesehen, sah dann auch dementsprechend so aus. Ja, jetzt sind wir quasi bei den vier Titeln pro Album so angekommen, wenn man so will und ja, das ist natürlich auch ein gutes Album. Geht jetzt vielleicht schon nochmal fast einen Schritt weiter von dem bisherigen, würde aber vielleicht so mit vier, fünf und sechs vielleicht schon so ungefähr in einer Reihe, sage ich mal, mitstehen. Zu empfehlen sicherlich der Titeltrack, der relativ sanft anwängt und dann hinten aus nochmal ein bisschen was aufnimmt, aber für mich, denke ich mal, das, was hier jetzt wirklich dort nochmal herausstreicht, ist jetzt wirklich das letzte Stück ausgerechnet mal, dieses KT Kloturik und ja, das ist halt wirklich so faszinierend, dass es nochmal, also hier wird es dann hinten aus schon ein bisschen wahnsinnig, wie er da rumschreit und so alles und fängt erstmal so schön langsam an und ja, baut so eine Stimmung auf und dann wird es halt doch recht intensiv, wobei ja dann dieses Album, weil es wie schon gesagt, das letzte Stück ist, dann auch nicht mit diesen Verrückten so aufhört, sondern dann wird dann hinten nochmal so ein ausklingendes, sanftes Gitarrenspiel, sage ich mal, angelehnt am Ende. Da ist man jetzt nicht, wenn man das sozusagen, ist man jetzt voll hier in der Energie drin, da ist auf einmal mitten drin, das Album zu Ende, das kommt ja hin und wieder bei manchen Künstlern auch mal vor, von daher, nein, das zerfließt dann so ein bisschen da, auch mal nicht schlecht. Na gut, aber ich würde sagen, das hören wir uns auf jeden Fall mal an, aber wie schon gesagt, das wäre jetzt auf jeden Fall meine erste Wahl jetzt für diesen Album. Ja. Nun gut, das war einmal dieses Stück, habe ich schon gesagt, schon eine faszinierende Sache, ist jetzt auch das längste Stück gewesen, was wir jetzt hier auf der Liste haben. Ähm, ja. Und danach kam ein Album, das nannte sich dann nochmal so eine baskische Sache, Malke Dant. Und, ähm, ja, also da muss ich sagen, das ist sicherlich nicht so ganz so hundertprozentig meine Sache gewesen. Ähm, war dann schon, ich fand es teilweise dann die Stücke sehr eintönig, mit diesen, ja, relativ gleich bleibenden, ja, hatten schnellen Drumbees, die aber wirklich die komplette Zeit durchgegangen, jetzt hatten wir hier bei den Stücken halt nochmal wirklich diese Unterschiede gehört, die da immer mal drin sind. Und hier waren halt viele Stücke wirklich sehr straightforward, kann ich ja schon fast sagen. Irgendwie hat mich auch die Atmosphäre meistens nicht so richtig da in den Bann gezogen, dass das sicherlich auch noch eine Möglichkeit ist, dort heranzukommen. Nichtsdestotrotz, als ich ja nochmal durchgehört habe, ähm, ein Stück fällt mir dann doch irgendwie, äh, dort heraus, ähm, wo ich sagen muss, das ist dann eigentlich auch ganz gut, das hat, ja, eigentlich schon so eine interessante Sache, ähm, was halt, also ich würde hier definitiv jetzt einen Schnitt zu den drei vorhergehenden Alben auch setzen, ähm, was zum Beispiel nicht obendrein auch noch auffällt, dass, äh, jetzt hier die Gesangsweise doch ein bisschen anders ist. Jetzt hat man bei den, ja, bei den Älteren hat man viel eigentlich so mit dieser etwas tieferen Stimme, was jetzt gar nicht mal so extrem, äh, äh, black metalig klingen musste. Jetzt hat man hier schon mehr so diese höheren Schreie mit dabei. Ähm, das, was jetzt kommt, ist fast wie so ein komisches, ja, rechtses Geflüster oder irgendwie so in der Art. Also, ähm, werde er jetzt selber gleich hören, aber, wie schon gesagt, das gefällt mir eigentlich rein vom Gesangsstil nicht so sehr wie die älteren Sachen. Ähm, also sicherlich zusätzlich auch noch ein Punkt, warum es mir vielleicht dann nicht so sehr gefallen hat, aber, nichtsdestotrotz, das Stück, was jetzt hier kommt, das finde ich eigentlich echt okay. Von daher nehmen wir das hier mal hin. Also da. Gut, dann haben wir diese Sache nochmal. Ähm, ja, also wie schon gesagt, äh, jetzt, äh, nicht mein Lieblingsalbum. Jetzt habe ich natürlich das Stück rausgewählt, von dem ich ja auch glaube, das ist, wahrscheinlich am herausstechendsten, aus dem Album. Es weiß natürlich nicht, ob das überhaupt so viel Sinn macht, einzunehmen, was eher untypisch für das Album ist, aber na gut. Ähm, einziges, was ich noch sagen wollte, ähm, auf dieser Compilation, die ich am Anfang schon mal erwähnt hatte, also dieses Malke dann, ist auch nochmal re-released worden, mit zwei sogar diesmal wieder, äh, Bonus-Tracks. Die habe ich noch nicht gehört, die sind jetzt hier auf der großen Box natürlich mit drauf. Ähm, was wie schon gesagt, also, damals als es rauskam, habe ich es halt natürlich in der First Press mir gleich bestellt und, ähm, die Compilation kam ja schon vor der Sache raus, das heißt, diese Bonus-Tracks waren da noch gar nicht mit dabei. Könnte ich mir diese zwei zusätzlich nochmal anhören, vielleicht ist da nochmal mit was dabei, wo ich sage, okay, äh, äh, bei der Sache gefällt mir es dann doch besser. Ähm, na gut. Aber das erstmal soweit an der Stelle. Was kommt als nächstes? Ja, als nächstes, ähm, gehen wir im Prinzip, wenn man so will, fast wieder einen Schritt am Anfang zurück. Wir machen tatsächlich jetzt mal ein Album ohne Gitarren und irgendeine solche Sachen, sondern sind eigentlich jetzt wieder bei so einer Dungeon-Synth-Ambience-Sache angelangt. Und das sollte dann auch nicht bei einem Album bleiben. Das war erstmal gleich eine doppelte Sache. Da kamen zwei hintereinander. Dann war ein Album Pause und dann kam sogar noch ein dritter Teil. Die Rede hier natürlich von Trazat. Und, ähm, ja, das sind jetzt, wie schon gesagt, ähm, im Gegensatz zum ersten Album, sind ja natürlich die Keyboard-Arrangements schon, ich sag mal, wesentlich verfeinerter. Und das sind nicht mehr so, diese ganz eindringlichen Melodien, wie noch, ich sag mal, wie bei alten Videospielen, so ungefähr. Lü, 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 lü. Damit man sich, auf der einen Seite ist es natürlich sehr intensiv, weil es eine gewisse Beschränkung hat. Aber andererseits ist es natürlich jetzt auch nicht, so die höchste Qualität. Hier ist es natürlich schon so, das sind schon sehr sanfte Sachen, die dort angehen. Das zieht sich auch alles ziemlich lang. Ähm, ich wollte da jetzt auch nicht von jedem Einzelnen dieser Alben da, jetzt, äh, so viele Titel dann da rausnehmen und so weiter. Ähm, was mir jetzt wiederum eigentlich am besten gefällt, ist vielleicht nicht das Allertypischste, weil es eigentlich wieder so ein bisschen fast schon lauter und intensiver ist. Das ist eigentlich aber, ich glaube, am Ende steht es vielleicht auch ganz gut dafür. Das war das erste, der erste Titel, den er dann, ähm, mal bei YouTube hochgestellt hat, weil er sich eigentlich dafür entschuldigt hat, dass das erste Drazat war, das noch dann irgendwie doch später kam. Aber, äh, ist ja klar. Und, ähm, sozusagen der Titeldreck, und ich habe das jetzt einfach mal als Trilogie zusammengefasst, und den wird man da auch mal spielen, ist interessanterweise das kürzeste Stück auf allen drei Alben. Also, das kürzeste klingt jetzt sehr kurz, es geht trotzdem über sieben Minuten, also, von daher, äh, ja, das hat mir eigentlich immer am besten gefallen. Ähm, insgesamt muss ich sagen, finde ich den Teil zwei und Teil drei der Trilogie insgesamt, sag ich mal, wahrscheinlich die Alben, die mir dann noch ein bisschen besser gefallen als das erste. Aber auf dem ersten ist halt wiederum mein Lieblingstitel drauf. und da ja pro Album immer nur vier Titel drauf sind, ja, es ist auch schon eine wichtige Sache. Na gut, ich würde mal sagen, den hören wir uns mal an. Nun gut, äh, das, interessanterweise, denke ich mal, eins der am häufigsten gespielten Stücke hier in meinem Pausenbund, zwischen meinen normalen Streams. Ähm, ja, das gefällt mir auch schon sehr gut, dieses Drasat selber. Ähm, okay. Ähm, aber wie schon gesagt, die Trilogie von den reinen Albennummern wären das jetzt 8, äh, 9 und 11. Ähm, jetzt kommt das nächste, was jetzt hier erscheint, kommt einfach Nummer 9, weil es jetzt, ja, wie eine Titelliste hier sein sollte, aber, ähm, ist jetzt an der Stelle auch egal. Und zwar kam dann vor dem Drasat 3 dann sozusagen, auch noch, äh, ein Werk, das sich Impires Battlefields nennt. Und, ähm, ja, das, äh, hat er gesagt, er geht wieder so in diese Richtung von diesem Mike Erdand, was ja nicht unbedingt so mein Lieblingsalbum war, aber hier muss ich sagen, ist er wieder auf Spur gekommen, jetzt aus meiner Sicht. Ähm, auch wirklich wieder vier Titel, aber, ja, muss man ehrlich sagen, ich finde auch wirklich, dass die sich doch wieder um einiges unterscheiden. Und das fängt mit diesen ersten an, dieses Chance Between the Funeral Mist, was so langsam wieder losgeht, das baut sich erstmal auf, bevor es dann so ein bisschen, losgeht. Dann kommt, äh, das zweite Stück, When the Shadows Lengthen, das ist auch das, was ich jetzt hier gewählt habe. Das, das fängt es auch schon mit Gitarre und so an, aber das hat am Anfang diesen richtig geilen, langsamen Drumbeat, der immer so ein bisschen schneller wird, aber es sich so aufbaut, und dann hinten raus wird es auch ein bisschen härter, aber, ja, das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Der dritte Titel, der ist dann wieder relativ intensiv, ich sag mal, der geht vielleicht eher so wieder in diese Richtung Malke Land, ähm, aber das letzte Stück dann nochmal, Impires Battlefield selber, hier quasi dann nicht der Opener, sondern der Ender. Gut, da könnte man sagen, das ist vielleicht wieder so eine Ähnlichkeit zu dem ersten, das erstmal so ein bisschen langsam mit so atmosphärischen Sachen losgeht, bevor dann wieder die Gitarrensounds mit einsteigen, aber trotzdem sag ich, insgesamt für mich dieses Album wesentlich abwechslungsfrei, hier noch als das Malke Dunt, und einfach allein deshalb, äh, gefällt mir das schon besser. Und, äh, ja, wie ich es jetzt im Prinzip schon erwähnt habe, When the Shadows Lengthen, hier denke ich mal, mein Lieblingstitel, und, äh, ja, den werden wir jetzt auch einfach mal reinhauen hier. So, dann sind wir eigentlich an der Stelle erstmal mit der Liste soweit durch, das war dann das letzte Album, also wie gesagt, theoretisch würde er am Ende 3,3 kommen, aber das habe ich halt hier gleich mal zusammengefasst. Ähm, ja, und, ja, das ist doch mal so eine kleine Auflistung, mal so ein paar Sachen, die man sich auf jeden Fall mal anhören kann hier, ein paar Anspieltipps. Ähm, ja, zusätzlich gibt es noch zu erwähnen, er hat jetzt, äh, ja, nochmal eine neue Sache angekündigt gehabt, auch schon vor einiger Zeit, eigentlich war März geplant, jetzt wird es aber wohl doch erst April, einen Track hat er da wohl jetzt auch schon, äh, mal auf YouTube hochgeladen, ähm, geht im Prinzip dann wieder so in diese Richtung, wie wir jetzt eben dieses Stück, was wir gerade eben hatten, äh, von Impires, Battlefields, Malke Dunt, ähm, ich hatte es mir mal angehört, das klingt, ähm, doch auch wieder ziemlich gut, ist, äh, wieder eine etwas aggressivere Sache, geht vielleicht auch schon, na, das war jetzt ja teilweise auch schon wieder recht häufig, geht Richtung Malke Dunt und so, aber, ich muss nochmal sagen, also das, was ich mir jetzt dort angehört habe, das hatte aber irgendwie doch eine sehr besondere Atmosphäre, die kam darüber, also es kann auch, für mich auch dieses intensive, härtere sein, aber es muss irgendwie diese Atmosphäre rauskommen, und das war bei dem Stück halt so, was mir selbst, damals ja, das Malke Dunt Album zwei, dreimal gehört habe, nicht so richtig rüber kam, wie schon gesagt, da fehlen mir natürlich auch noch die zwei Bonus Tracks, die muss ich mir auch mal mitgeben, vielleicht gefällt mir dann das Gesamtgebilde besser, aber das Stück, was ich von dem neuen Album gehört habe, das hat mir dann doch auch wieder gefallen, und wie schon gesagt, bei den Impires, Battlefields bin ich auf jeden Fall sowieso zufrieden, weil, wie schon gesagt, da sind die einzelnen Titel schön abwechslungsreich, und geht alles schön ineinander über. Na gut, äh, ja, dann würde ich sagen, soll es das hier an der Stelle mal, gewesen sein, sind jetzt hier fast zwei Stunden geworden, naja, auch an der Länge der Titel hier geschuldet natürlich, und, ja, war auf jeden Fall mal eine etwas ungewöhnliche Sache hier, aber, ja, ich nehme das einfach mal so hin, ja, jetzt weiß ich nicht, was man da noch machen kann, vielleicht irgendwie so eine Ranking von den Alben oder was, aber ob das unbedingt sein muss, das war irgendwie eigentlich auch albern, naja, ich lasse es erstmal dabei, also da, bis zum nächsten Mal.